Willkommen zu Folge 9 von Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, los geht's. JenaTec tritt dem Assembly Ökosystem bei. Dafür gab es letzte Woche einen Blogbeitrag auf der Assembly Website. JenaTec spezialisiert sich auf die Landwirtschaft und will mit ihrer Plattform einen digitalen Marktplatz für die Bauern liefern, damit diese Kapital in Form von Krediten sich beschaffen können. Auch Kleinanleger können in diesem Projekt sich beteiligen, da man auch Kleinbeträge investieren kann. Nächsten Monat startet das Pre-Minting für eine Mitgliedschaft für 100 Mioter. Das Assembly Staking hat die Halbzeit erreicht und bis hierhin wurden 1,2 Billionen bzw. für Deutsche 1,2 Milliarden Assembly an die Community verteilt. Für alle neuen Mitglieder in dem IOTA-Universum. Ihr könnt immer noch eure IOTAs in der Firefly-App oder TanglePay-App staken. Das Smart Contracts Team hatte ein öffentliches Meeting, welches man auf YouTube finden kann. Eric Hopp erzählt eine Stunde lang über die neuesten Entwicklungen der Lieferung der Smart Contracts, die GoRus Bibliotheken, EVM und vieles mehr. Am 9. Juni erschien ein neuer Blogbeitrag über die Kooperation mit GaiaX. In diesem Beitrag geht es um die Optimierung von Bauprozessen durch gemeinsame Nutzung von Daten. IECO, kurz für Intelligent Empowerment of Construction Industry, ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, gefördertes Konsortium aus elf Partnern. In Folge 7 gab es schon News zu IECO und dem Treff an Fraunhofer Institut. Der Hauptbeitrag der IOTA Foundation zu diesem Projekt ist die Bereitstellung der Kerntechnologie für die Identitäts- und Vertrauensschicht. Landex veröffentlicht mehrere Artikel rund um ihre Plattform. Der erste Beitrag behandelt das Belohnungssystem. Wer die Berechnung sehen will, wie das ganze System funktioniert, sollte sich diesen Beitrag genauer angucken. Im zweiten Beitrag geht es um die Verteilung der gewonnenen Assembly unter den NFT-Inhabern. Im dritten Beitrag behandelt Landex den Lockdrop. Dieser soll die Nachhaltigkeit und Anreize für Benutzer erhöhen. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Momentan findet auch ein riesiger Sale bei den NFTs statt. Die IOTA-Preise lassen euch günstig in Projekte investieren. Nutzt diese Möglichkeit und kauft ein paar IOTA-Nerds und Super-Syalooms und unterstützt diesen Kanal, damit er weiter bestehen kann. Dank an alle anderen Unterstützer, sei es auf Patreon oder an alle NFT-Käufer. TanglePay veröffentlicht vor ein paar Tagen ein Update für alle Systeme. Mit diesem Update stellten sie IOTA, EVM und BSC, also der Binance Chain vor. Dieses Update dient für die Vorbereitung für den Schimmer-Launch vor. In den Kommentaren auf Twitter stellt Luca noch eine interessante Frage, ob es eine mobile Lösung wie die von Metamask geben solle. Worauf TanglePay antwortet, dass es genau so sein wird. Auch präsentiert TanglePay ihre Roadmap und die Zukunft, die sie sich vorstellen können. Samt Metaversum mit Spielen und verschiedenen Räumen. Zoomiverse präsentiert sich im neuen Gewand. Die Startseite wurde überarbeitet und sieht nun besser als zuvor aus. Auch das Interface für das Handeln mit den Token wurde überarbeitet. In den nächsten Wochen folgt sogar ein großes Update. Und Dienstag startet wieder der Verkauf des Zoom-Tokens. Bis jetzt wurden knapp 30% aller Token verkauft. Der Verkauf endet am 21.06. um 18 Uhr. Ein Zoom-Token kostet ungefähr 0,76 Milliarden. Gleich heute früh veröffentlichten sie auch einen Blogbeitrag. Dort geht es um die Neuerungen, die mit dem Abschluss des Zoom-Tokens einhergehen. Zum Beispiel werden alle entstandenen Gebühren verwendet, um Zoom-Token vom freien Markt zu kaufen und diese wieder an die Zoom-Holder auszuschütten. Schimmer wird auch laut Aussagen des Teams vom ersten Tag an unterstützt. Auch gibt es einen Haufen an Verbesserungen und Bugfixes. Eine kleine Info am Rande. CoinMarketCap hat einen IOTA-Artikel wieder zum Artikel des Tages gekürt. Das Voting zum Community Treasury wurde beendet. Mit 83% weit in Führung gewinnt die Bild-Seite. Viele aus der Community, wie auch ich, sind sehr froh über diese Entscheidung, der Mitglieder und all die an der Abstimmung teilgenommen haben. Damit ist die Zukunft besser für IOTA aufgestellt und neue Projekte können so besser finanziert werden. Deswegen hat die IOTA Foundation dazu auch einen eigenen Blogpost geschrieben. Damit ist die Sache aber nicht abgeschlossen. Jetzt wo die 50 IOTA freigegeben wurden, braucht man Regularien und neue Strukturen. Das Ganze wird wie bisher im IOTA Governance Forum, der Community Treasury DAO und jetzt auch mit der neuen Abstimmung in der Fileflay App geschehen. Jeder kann sich einbringen und mitmachen. Ein neues Spiel kommt raus, Heroes Time. Das wird ein RTS, ein Realtime Strategy Game sein, auf Pixelbasis. Momentan gibt es wenig Informationen, aber die kleinen Bilder sehen sehr interessant aus und sehr aufwendig. Alles was man für den Start brauchen wird, ist ein Stückchen Land, auf den man bauen kann. In dem Zuge suchen die Entwickler fähige Grafiker, die sie unterstützen können. Das war's auch mit dieser Folge. Ein großer Erfolg verzeichnet die Community mit der Entscheidung über das Community Treasury. Es hat größerer Ausmaß als einige sich vielleicht denken können und wenn wir den Preis mal weglassen, weil es sowieso Bitcoin folgt, dann ist IOTA so gut aufgestellt wie noch nie. Wir haben einen Haufen Projekte, die nur auf den Release von Schimmer warten und das kann nicht mehr lange dauern. Der Schimmer Account auf Twitter ist aktiv wie noch nie, was ein guter Indiz dafür ist. Meine Vorhersage mit Mai war zwar nicht korrekt, aber ich bleib dabei, dass Schimmer kurz vor der Veröffentlichung steht und wenn das erst veröffentlicht ist, gehen all diese Projekte, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, online und präsentieren ein neues Ökosystem. Und damit wächst auch die Use Cases auf IOTA, die man auch Außenstehenden präsentieren kann. Denn das fehlt ja IOTA momentan noch etwas. Bis dato waren wir ja eher so als Soon IOTA bekannt. Wir halten auch das Trademark dafür. Es gibt mehrfache Memes damit. Die größte NFT-Plattform heißt Sooniverse. Aber bald oder besser gesagt Soon kommt diese ominöse Flutgates, die so-called Cambrian Explosion. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.